Englisch Sprechende haben in Deutschland kaum Schwierigkeiten. Die Alltagssprache ist von Anglizismen durchdrungen. An den deutschen Hochschulen und in der Wirtschaft ist Englisch selbstverständlich. Auch in der Türkei gewinnt das Englische an Bedeutung. Ruth Bartholomé untersucht die Sprachenlandschaft auf dem Gebiet der Türkei. In der Türkei genießt das Englische ein relativ hohes Prestige. Es gibt viele Privatschulen und Privatuniversitäten, in denen der Unterricht auf Englisch angeboten wird oder vertiefter Unterricht zumindest im Englischen. Was die türkische Sprachgesellschaft und auch viele, die mitdiskutieren, stört, sind englische Wörter, die im Türkischen verwendet werden. Die sollen möglichst aus dieser Sprache wieder verschwinden und durch türkische Wörter ersetzt werden. Man kennt es aus Frankreich. Dort ist der Staat schon seit langem bestrebt, Anglizismen aus der Alltagssprache herauszuhalten. In der Türkei wird dies jetzt auch versucht. Beispielsweise das Wort Selfie soll durch ein türkisches Wort ersetzt werden. Oder ganz aktuell haben sie auf ihrer Internetseite dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wie das Wort Drohne, also Drone, ersetzt werden könnte. Wer die Sprachkampagne der Regierung belächelt, muss keine Konsequenzen befürchten. Geht es um die Sprachenpolitik in den Kurdengebieten, sieht das anders aus. Für kurdische Kinder ist ihre Muttersprache an den Schulen tabu. In den Schulen darf nur das Türkische als Unterrichtssprache verwendet werden. Also ein Kind, das kurdischsprachig aufgewachsen ist, bekommt keinen Mathematikunterricht oder anderen Unterricht im Kurdischen, sondern muss vom ersten Schultag an mit Türkisch als Unterrichtssprache umgehen. Über die Schulen hinaus ist in der Türkei der Umgang mit dem Kurdischen eher ambivalent. In den 80er Jahren gab es eine Reihe von repressiven Gesetzen, die das Kurdische betrafen. So wurden beispielsweise Radio- und Fernsehsendungen in kurdischer Sprache verboten. Parteipolitische Betätigung in anderen Sprachen als Türkisch war verboten. Da hat sich in den 2000er Jahren viel geändert. So dass es heute einen Kanal des staatlichen Fernsehsenders gibt, der 24 Stunden auf Kurdisch sendet. Auch politische Betätigung ist in gewissem Rahmen jetzt in kurdischer Sprache möglich. Und das hing natürlich zusammen mit den Bemühungen der Türkei, in die EU aufgenommen zu werden. Wie sich das weiterentwickelt, muss man sehen. Aber zumindest aktuell sind da Verbesserungen gegenüber den 80er Jahren zu bemerken. Die starke Rolle des Türkischen in der Türkei hat auch mit der Geschichte zu tun. Mit der Gründung der Türkischen Republik ging in den 1920er Jahren der Wechsel von Arabischer auf Lateinische Schrift einher. Die Minderheitensprachen im untergegangenen Osmanischen Reich wurden zurückgedrängt. Das Türkische ist in der Verfassung als einzige Muttersprache der türkischen Bürger definiert. Und es wird versucht, auch die Einheit der Nation mit Einheit der Sprache zu betonen, obwohl die Realität in manchen Landesteilen natürlich anders aussieht. Es gibt in der Türkei bis heute keine offiziellen Umfragen, die nach Sprachkenntnissen oder Muttersprache der Bevölkerung fragen, sondern es wird automatisch davon ausgegangen, dass Türkisch die Sprache aller Bewohner und Staatsbürger der Republik Türkei ist. Das Jahr 2017 war in der Türkei Jahr der türkischen Sprache. Unsere Sprache ist unsere Identität, lautete das Motto. Für die Wissenschaft gilt es herauszufinden, inwieweit das Türkische diesem offiziellen Anspruch gerecht wird. Als Quellen für die Forschung dienen Gesetzestexte und der öffentliche Diskurs in Zeitungen und Internet. Damit soll auch aufgezeigt werden, wie die Minderheitensprachen in der Türkei von offizieller Seite betrachtet werden und ob sie in der jeweiligen Sprechergemeinschaft identitätsstiftend waren oder sind. Vielen Dank.